Wer unterstützt mich, kann er für stärker zu gehen? Was steht am nationalen Referenzkader? Zu der Grundlehre von der nonformelle Bildung gehe ja der positive Bild von Kant zu und auch nur sein Potenzial zu leben. Er kann, dass kein Eidelt Gefäß weit muss gefüllt gehen, mich bringt schon viel mit, sein Persönlichkeit, sein Bedürfnisse, sein Stärkten, sein Fähigkeiten und sein Interessen. All kann durch Lust und Fähigkeit für zu lehren. An all kann durch Träster, die an der Kannerrechtskonvention festgeschrieben sind. Für Wissen zu können, brauchen Kanner auch Wissner, die sie unterstützen. Dazu gehören Tatsäherinnen und Tatsäher an der Bildungs- und Betreuungsstrukturen. Sie haben als Aufgabe, sich für alle Einzelkant zu interessieren, an ihm nur zu leustern, für ihre Sourcing-Bedürfnisse, Stärkten an Interessen zu erkennen. Ob das individuelle Echenschaften baut, hier auch nicht ab. Weil von den individuellen Interessen und Fähigkeiten vom Kant ausgänge geht, und es ist wichtig, dass sie sich abbringen können, an ihr Meinung zu suchen. Zu den Echenschaften von der nonformellen Bildung gehören, dem Kant zu erleben, Neues entdecken zu können, selber auszuprobieren, auch kreativ zu sein. Dort geschieht beim Kant ganz viel über das Spiel. Dafür kriegt Kant Zeit für zu spielen, und hat sein Altersgerecht an ursprünglichen Spielsachen für das tun. Die Kant leiert auch von den anderen Kanner. Dafür gibt es viel Wert, ob sie so mehr leben und so mehr schaffen gelöst. Alle Kant soll die selbe Chancen angeboten kriegen, unaufhängig von seiner Fähigkeiten und seiner Herkunft. Dafür ist die Inklusion ein wichtiges Urlaub. Die Kant soll sich voll fühlen. Dafür gibt es viel Wert, ob eine freundliche Atmosphäre und ob ein Ammenagement von der Heim gelöst. Das soll dem Alter entsprechend ein ursprünglich angerichtet sein. Sie sollen dem Kant erleben, sich möglichst frei zu bewegen, an seine Spielsachen selber auswählen zu können. Auch ecken, wo sie raufhören können, an sich zurückziehen können, gehören dazu. Für stärk zu gehen, gibt Kant den Erstützen an seiner kognitiven Entwicklung, sozialer und affektiver Entwicklung, motorischer und physischer Entwicklung, an spruchlicher Entwicklung. Dafür braucht Kant viele verschiedene Mäschlichkeiten für seine Interessen und Fähigkeiten zu entdecken, für auszuprobieren und zu lernen. Dafür ist es wichtig, breitgefächerte Aktivitäten zu tun. Dass sie verschiedene Felder festgelöst gehen, an denen deres Älteren, Gräsen und Maison-Relais mit der Kanne schaffen sollen, für ihnen eine so eng diversifiziert Bildungsoffer umzubilden. An der nonformäle Bildung kriegt Kant den Raum und Mäschlichkeiten für vierwitzig zu sein, für ihre eigenen Interessen zu entdecken und für ihre persönliche und sozialfähige Gäten und spielerisch ätherweise zu entwickeln. So geht sie unterstützt, für ihre eigenen Stöne zu gehen, an ihren Platz an der Gesellschaft zu finden. Ein Platz Ersenssäger 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 Ersenssäger